Der Bericht der donnerstag eingesetzten Untersuchungskommission zur Aufarbeitung des Terroranschlags in Wien vom 2. November wird nicht veröffentlicht. Laut Justizministerin Alma Sadic ist eine Beleuchtung der Geschehnisse vor allem im nachrichtendienstlichen und polizeilichen Bereich nur dann erfolgreich, wenn eine gewisse Verschwiegenheit herrscht. Zur Veröffentlichung eines Berichts soll es demnach auch einen zweiten Bericht mit Schlussfolgerungen und Analysen geben. Die Untersuchungskommission unter der Leitung der Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes soll binnen vier Wochen erste Ergebnisse und dann Ende Jänner einen Endbericht der Kenntnisse vorlegen. Was im Endeffekt daraus veröffentlicht werden könne, werden sich Innen- und Justizministerium gemeinsam mit der Kommission ansehen, laut Sadic. Eine Verschwiegenheitserklärung soll den Mitgliedern der Kommission jedenfalls erlauben, sämtliche relevanten Unterlagen einzusehen, auch Interviews mit relevanten Personen sollen stattfinden. Der frühere Münchner Polizeipräsident Hubertus André wurde seitens des Justizministeriums beigezogen, da er Erfahrungen mit Terroranschlägen habe. Die Regierung hat am Mittwoch angekündigt, eine menschenrechtskonforme Möglichkeit zu erarbeiten, terroristische Straftäter vorbeugend im Maßnahmenvollzug unterzubringen. Dieser kommt bisher in der Regel bei geistig abnormen Rechtsprechern zur Anwendung. Justizministerin Alma Sadic will diese Gelegenheit für eine Reform des Maßnahmenvollzugs nutzen. Es brauche mehr Sachverständige und ein anderes System zur Überprüfung, ob jemand geistig abnorm sei oder nicht. Die bisher geplante Reform sei immer an Geld gescheitert. Sadic stellt klar, dass das von der Regierung geplante Maßnahmenpaket keine eigene Staatsanwaltschaft zur Terrorismusbekämpfung vorsehe. Vielmehr ist geplant, innerhalb der bestehenden Staatsanwaltschaften spezialisierte Gruppen für terroristische Straftaten aufzubauen.